Das 1 zu 0 durch Schüravel. Wer macht da den Fehler, Manfred Schmidt? Man sieht, dass da zwei, drei Spieler ziemlich allein stehen. Und das darf einem nicht passieren. Man muss näher beim Mann stehen und eben aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Hier ist die Abwehr richtig ausgespielt worden. Wir sehen das hier genau. Der Spieler ganz alleine und der kann halt dann ungehindert einschießen. Franz Oberfahrt, keine Schade. Noch eine Zeitlupe von diesem Treffer.